so ok Und Tschüss Ich bin nicht mit mir hier Boah. Das war aber ganz schön Knackes Nichts da, du bleibst schon hier Okay, die Pisser wieder Oh oh, und gar nicht mal so Wenige, uncool, uncool, uncool Weg hier Alter Boah, ein Glück sind deren Schüsse so langsam, ey Alter Puh, okay, aah, die ist schon wieder Jawohl, ja Wow Der hat voll die Rakete abgekriegt Haha Ja, die kann man ganz relativ leicht arsch Alter Am Arsch, wo kommen die denn alle her Sind das normale Gegner noch Das kann fissig werden Oh ja Abhauen jetzt doch noch nicht Alter Die gehen mir auf die Eier So, nochmal eins Futsch Da bleibst doch mal stehen Hallo Super, na egal Baller ich noch so ein bisschen rum Alles klar und dann ab zum Teleporter Und kein Leben verloren Nicht mal den Titanen-Schild Dingsie Oh nice Oh man ey Und schon wieder nur anweh Fuck Ich muss mehr Abschussserien und so machen Kontrollpunkt Kann noch kurz warten Das war Beschützen Lass ich einfach so Muss so gehen Ah ne, überleben, hä Ich dachte gerade, dass der Beschützen Oder hab ich mich da vertan Das war doch gut Okay, hier kann man rüber Ich dachte, das wären so Berge Alter Falsche Taste gedrückt Alter Da hatte ich Glück, dass ich doch noch ausgewichen bin Ich wollte eigentlich Ausweichen machen Aber versehentlich auch Äh Formtaste Haha Die kamen da kaum raus, ey Was für müde Alter, der hat Turm Ist immer so derbe zugenommen, hä Gibt's ja gar nicht Ich sehe, da bin ich nur noch Kommt. Yuuuuh! Boah. So kack mal geht, ne? Die sind, das üble ist eigentlich, nicht mal, dass die so schnell sind oder ich glaube auch nicht, dass die mir Schaden machen oder so. Aber das Beschissene daran ist, denke ich mal, dass die halt einen verfolgen, viel schneller sind. Oh Gott, ich kann das. Ein Hochaufsausweichen. Alter, wie meine Hose nass ist, man. Das war ein bisschen knapper, als es mir lieb ist. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, egal. Am Arsch! Franzis sogar nur? Boah, Ficken. Ah, okay, hier kann man in die Richtung von den Dingern umkehren. Machen wir das doch mal. Zack, sehr schön. Ja, komm, die Beschützmissionen eben noch, dann gehe ich mal zum Kontrollpunkt. Und, jo. Das war schon mal eine Achterabschutzserie, das ist doch schon mal ganz annehmbar. Okay, bläst mich hin und her. Hö, hö, hö. Das war knapp. Okay. Okay. Schon fast die Hälfte. Ich will wetten, da kommt gegen Ende noch mal was ganz Übles. Das war ja klar, ne? Hey, aber bisher haben sie ihn noch nicht getroffen. Hier, den guten Fred hier. Spacken. Spacken. Und da haben sie ihn. Es war ja klar, dass die Pisser wieder hier angeschissen kommen, ne? Egal, ein bisschen Schaden schadet auch nicht. Es gibt, glaube ich, Punkteabzug, nur ein bisschen. Oder nicht ganz so viele Punkte gibt es letztendlich dann. Ich glaube, für 100% gibt es aber auch nur 100 Punkte. Kann man machen. Ah, er ist fertig. Ja, dann teleportieren wir uns hier mal fix weg. Ja, okay, gibt halt 1000 Punkte und dann für jeweils 1% 10 Punkte Abzug. Damit kann man ja noch leben. Mit den 60 Punkten, die jetzt hier. Okay, Rang B, damit kann ich eigentlich wieder nicht leben. Aber egal, Kontrollpunkt und Speichern. Und dann gucken wir mal gerade. Hier geht es gleich weiter oder demnächst dann. Aber ich speichere und beende jetzt an der Stelle, weil ich leider keine Zeit mehr habe. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann, ich weiß nicht, ob in der nächsten Folge oder gleich. Wir sehen uns auf jeden Fall dann demnächst wieder. Irgendwie? Ich laber scheiße. Bis dann!